hallo und willkommen zu einer neuen folge half life 1 so schrift ich wollte fast half life 2 sagen aber es wäre falsch sind hier zuletzt an diesen aufzug stehen geblieben und ich werde mal hier den klopf drücken ich habe das gefühl der aufzug ist einfach viel zu laut spiel so laut war schon immer laut hat sich das irgendwie lauter gesetz da kommt man es nur zuvor auch mal sicherheitsweise ein klick leiser ladezeit ah ok da denkst du denkst du wir waren da zuletzt hier und haben den lift runter geholt hier ja ich weiß was ich machen muss explosiv und so hier haben wir glaube ich so eine art schredder und so ja ich muss sich das einfach rein schmeißen und dann war spektakuläre physik engine der schwerpunkt liegt natürlich genau an dieser kante deswegen fällt das nicht runter da ist bestimmt so ein schredder und dann explodiert alles und dann genau bumm 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 dann kann ich durch oder ist da hier unten was dann spreng ich mal hier rein alles kaputt diese zivis werden langsam lästig warum müssen wir eigentlich die drecksarbeit machen wir müssen die blöden sache erheben das ist nicht geschafft ok bringen wir es hinter uns nein ich habe meinen kollegen getötet ich bring euch alle um ladezeit ja ich bring die alle um ich bring die alle um so machen wir das heutzutage so speichern ähm ähm 0 0 0 0 0 oh schade ok hier geht es nicht weiter da muss man wahrscheinlich hier sein 0 0 0 0 0 ah sieht in ladezeit aus aber ich glaube nicht dass der ladezeit ist auch oh explodiert das aua natürlich explodiert das steam tunnel steam tunnel eingang da unten ist steam da geh ich gleich hin erstmal gucken was da hier um die ecke ist er hat meine kollegen getötet ähm 0 0 0 0 0 na dies war falsch oh ist ein toter wissenschaftler drin ja komm ich mach dich in der luft fertig ja war irgendwie gefährlich aus und wie ist da nichts ölth wie ist da nichts was hat der ölth wie ist da nichts Komm, komm, wenn du dich drausst. Ähm. Mein Auge juckt, der ist nicht schön. Mh, sauberes Wasser. Sieht immer sehr lecker aus. Äh, bei meiner Mutter soll ich keinen Strom stark bekommen. Kommt die Luft, ah, da. Ist schon um die Ecke ein Vieh. Komm da. Oh, da kommt noch eines. Lass mich durch. Okay, mhm, interessant. 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 Was denkst du? Sehr einfach aus Prinzip. Ja. Interessant. Da würde ich mal sagen, ich fahr mal den Aufzug hoch. Ja, hoch. Leiter. Hallo. Hallo. Ich bin jetzt mal entgegen. Oh, der schwingt mal entgegen. Hallo. So, kurz speichern. Hallo. Ah, ist ölig. Rutschig da ist gewesen. Hallo. Lass mal gucken, was hier drin ist. Ui. 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 Oh, ich kann das nicht weiterschieben, Leute. Ich glaub, die Leiter ist unter Strom, oder? Es hat Bomben gemacht. Da flitzelt ich aber nicht. Ne, die Leiter steht nicht unter Strom. Ah, verdammt. Hat mich noch gekriegt. Komm. Lall. Du konntest mich doch gar nicht sehen. Ich sollte mal ne andere Waffe nehmen. Mit kleinen Viecher kann ich ja lieber ne Piste nehmen. Da ist es nicht nötig, hier die fetten Kadiber zu nehmen. Oh, heiler. Da ist nett. Oh, du pullst auch, du pullst auch, du pullst auch, du pullst auch. stirb vom strom nein sicher nicht sterben gut kommt mal die ladezeit vor wenn ich um die ecke gehe das ist auch ein bisschen vorher sparen können nicht schön ich glaube ich muss da rein deswegen sind hier auch kisten die ich nicht kaputt machen kann weil sonst wäre es ja dumm wenn man die möglichkeit rüber zu gehen kaputt macht so geht er hin ruhig so ok wusste ich doch dass da einer ist ich habe ihn doch gehört ist noch einer kann ich hier hoch nein macht es überhaupt hier rein zu gehen ja da kann ich auch da sind bestimmt auch daten wetten da ist schon mal weicher es hat viele elite soldaten mal ehrlich richtig elite aber warum verschwinden die leichen habe ich nicht auf ganz böse eingestellt hallo ich bin mit danke für ihre hilfe aber ich fürchte dass diese bastarde schon ganze arbeit geleistet haben wenn sie glauben dass sie vom frachtlager aus entkommen können vergessen sie es besser das militär schnappt sich alles was sich bewegt und bringt es entweder gleich um oder nach oben zum verhör so viel zum thema rettung ok ein kollege und ich hatten unseren eigenen fluchtplan und waren schon unterwegs zu den alten prototyp laboren als sie uns geschnappt haben hören sie wenn sie hier lebend herauskommen wollen kann ihnen nur noch mein freund helfen ich habe ihn zuletzt gesehen als sie ihn die soldaten zur oberfläche gebracht haben immerhin war er da noch am leben er ist der einzige der das notwendige wissen hat damit unser plan funktionieren kann wenn sie es an den soldaten vorbeischaffen suchen sie dr rosenberg mit ihm zusammen haben sie eine chance aus diesem schlamassel heraus zu kommen ok das war komisch dass er seinen kopf so und dann weiter redet aber es ist irgendwie ist mir schon häufiger aufgefallen und zwar wenn die englische sprache schon fertig ist die haben ja quasi die animation auf die englische sprache angepasst und wenn die deutsche sprach ausgabe länger dauert dann passt das halt nicht zusammen ist leider dumm gemacht naja ich würde mal sagen gucken einmal kurz hier rein der soldat fällt normal um aber irgendwie verschwindet verschwinter jetzt nicht das ist ein fehler ok ich würde mal sagen wir sehen uns bei der nächsten folge bis dahin könnt ihr gerne oben links auf abonnieren klicken rechts habt ihr ein paar videos zur auswahl und ja bis dahin tschau auf 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 hier auf 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 Vielen Dank.